Musik Groß gegen Tjayan, das Family Park Quiz ist wieder da. Ich bin wieder auf der Suche nach einem mutigen Kind und einem mutigen Erwachsenen. Wer traut sich während einer turbulenten Götterblitzfahrt an einem Quiz teilzunehmen? Dem Gewinner oder der Gewinnerin winken zwei Family Park Gutscheine. So, wir fahren jetzt mit der Tiana. Tiana, bist du bereit? Ja. Warst du schon öfter im Family Park? Nein, das ist mein erstes Mal. Ich bin hier mit der Schule. Cool, und gefällt es dir? Ja. Okay, dann geht es jetzt los. Okay. In welcher Themenwelt befindet sich das Balloncarusel? Ähm, etwas mit Erlebnis. Okay. Erlebnisland. Wie viele Personen kamen mit einer Ratte in der Ratten? Vier. Wie viel ist 195 plus 32? 227. Oh, ein buchstabierer Adlerflug. A, de, le, R, de, F, le, U, B. Okay. So, wir sind jetzt hier mit dem Andreas. Andreas, bist du bereit? Ja, 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 völlig bereit. Sehr gut. Warst du schon öfter im Family Park? Ja, das ist das vierte Mal. Cool. Und wie gefällt es dir? Sehr gut. Sehr gut. Sehr spannend. Sehr, sehr, sehr gut. Wirklich. Okay, dann geht es jetzt los. Wie heißt die neue Attraktion im Family Park? Oh, Wirbelsturm. Und welcher See liegt denn in der Nähe vom Family Park? Nicht Wattensee, sondern der Neu-Sieglersee. Ähm. Buchstabiere Rassenmühle. Was? Brrrr. Er wie Richard. Ah, nee. Anton. Davy Theodor. Andy. Martin. Üvi. So, die Fahrt ist jetzt vorbei und du hast das Quiz geschafft. Du hast viele Fragen richtig beantwortet. Und deswegen bekommst du jetzt von mir zwei Family Park Gutscheine für einen Tageseintritt. Wirklich? Ja. Danke. Gerne. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Viel Freude damit und einen schönen Tag noch im Family Park. Dankeschön. افhrade. 니